Meine Tochter ist 22 Jahre, gerade im College, ist schwanger geworden, ist auch sehr katholisch und gibt das Kind zur Adoption frei. Und dann hat er sie sieben Jahre nicht mehr gesehen. Die Kinder, die Frau auch nicht wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es auch egal. Es geht jetzt erstmal um das Kind, was jetzt schwanger geworden ist und das Kind zur Adoption frei geht. Okay? Alright, so next chapter. Alright.